ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem kleinen infovideo und zwar habe ich mir bei instagram war schon vor einiger zeit ein profil da errichtet und da habe ich eigentlich auch in letzter zeit oder ja auch schon vor längerer zeit immer mal ein paar bilder gemacht und zwar könnt ihr mir da halt auch folgen se noi unterstrich se unterstrich neu alles was da so vielleicht neues euch erwartet oder was ich halt auch so nebenbei selber so mache oder was ich meine freizeit tue kann man da halt schön schön mit bildern hochladen finde ich halt irgendwie besser wie facebook und ja da könnt ihr mir halt jetzt gerne folgen ja eigentlich alles so was neues passiert werdet ihr da zu sehen kriegen als bild sage ich mal und ja könnt mir halt sehr gerne folgen wünsche euch noch einen angenehmen tag ich schaue mir jetzt noch ein paar pressekonferenzen an jetzt kommt glaube ich gleich sony also macht's gut tschüss